Nach Balaks Attacke auf Löw? Diese Rolle spielte Lahm bei der Balak-Abrechnung. Ich war wie viele andere Leute auch überrascht, dass er seinen Job behalten hat. Michael Balak 42 bei der Deutschen Welle über Jogi Löw 58 106 Tage nach dem historischen Vorrunden aus bei der WM in Russland fordert der Ex-DFB-Kapitän 98 Einsätze den Kopf des Bundestrainers. Was treibt den Vize-Weltmeister 2002 und WM 3. 2006 an? Und welche Rolle spielt dabei Philipp Lahm 34? So viel Rache steckt in seiner Abrechnung. 2010 verpasst der damalige Chelsea-Spieler wegen eines Teilrisses des Sündes-Mose-Bandes die WM in Südafrika. Jogi macht Lahm zum Kapitän, sie zu, wie dieser die Binde auch nach dem Turnier für sich beansprucht. Wieso sollte ich das Amt dann freiwillig abgeben? Danach gibt es einen monatelangen Zoff um Balaks Rücktritt, den Löw im Frühjahr 2011 schließlich verkündet. Balak wirft ihm Scheinheiligkeit vor, verzichtet sogar auf ein DFB-Abschiedsspiel. Nach Bildinformationen glaubt man beim DFB, dass Balak frustriert ist, weil Lahm nun als Botschafter für die M 2024 in Deutschland glänzt, während er selbst komplett außen vor ist. Von seinen Spielern bekommt Löw Rückendeckung. Kroos kontert Attacke des Ex-Kapitäns. Weltmeister Toni Kroos 28? Neue Reize können manchmal auch vom selben Trainer kommen, wenn er sich hinterfragt. Das hat er getan. Ich bin überzeugt, dass wir die Kurve kriegen. Kroos stärkt Jogi und Watsch Balak ab. Der Realstar zur Abschiedsforderung? Es ist eine Wortmeldung mehr. Vielleicht hätte er es übernehmen wollen? Bild fragte Löws Vorgänger, was sie von der Diskussion um den Bundestrainer halten. Erich Rippberg 81? Wenn die zwei Spiele jetzt verloren gehen, geht die Diskussion um Jogi los. Das kann man gar nicht verhindern. Berti Fuchs 71? Dass der Vertrag von Jogi vorzeitig verlängert wurde, darüber kann man diskutieren. Es sind aber die Spieler, die in der Verantwortung stehen. Sie werden jetzt ein bisschen geschehen. فj Kung Ausgut 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 Untertitelung des ZDF, 2020